Einfach, automatisch und sicher. Das ist MC, der neue Motorzylinder von EFA. Wir wollten einen Motorzylinder entwickeln, der in alle gängigen Türen passt. Am Ende der Entwicklung können wir mit Stolz sagen, es ist uns gelungen. Wir können einen Motorzylinder anbieten, der nicht nur in Türen mit einem Tormaß von 35 mm passt, sondern genauso auch in Türen von niedrigen Energiehäusern. Egal ob Brandmelde oder Alarmanlage, SESA oder ERKey oder andere elektronische Schließsysteme, der MC kann dank seiner Schnittstelle in andere Systeme eingebunden werden. Der MC verriegelt die Türen automatisch, verlässlich und sicher. So ist die Eingangstüre mit einem MC zu Bürozeiten dauerhaft geöffnet, nach Büroschluss und in der Nacht sicher verriegelt. Sie haben noch Fragen, sind am MC interessiert, dann wenden Sie sich direkt an Ihren EFA-Perater. Er zeigt Ihnen das Produkt gerne auch live.